gar nicht gut gar nicht gut gar nicht gut gucken wir dass wir die unterstützung kriegen ich will nur noch amputieren wir fangen mit dem kopf an es ist schon alles alles was soll das alles mach die schnell dauernd ok das haben wir auch schon erledigt untergrund wieder schon verfügbar ok die halten sich hier unten auf das ist super mecker nicht schau mal vielleicht haben wir ein paar ausweichsmöglichkeiten hier irgendwo ne sah jetzt aus weil jetzt hier so ein hochgang war würde mich halt interessieren pläne beschaffen machen wir sowieso das hatte ich sowieso vor ich will halt nur schauen ah wir haben da hinten noch einen weg ok ah hier ist noch eine trühchen gehen wir sicherlich dran dankeschön schau mal fix ok ich warte mal im kurzen moment hier so adlagos ready das heißt da oben müsste ja einer sein da oben bin nicht irgendwo ich auch damit wir gar nicht an die glocken kommst du ein freund da ist er Wem fix das? Schau mal wo ist der denn? Okay er ist da. Kommt er zurück? Da hinten ist auch noch einer. Okay eins, zwei... Dann komm ich von hinten ran? Ah okay, der Kutsch mit ihm. Ist jetzt die Frage, komm ich da hinten dran? Oder will der weiter zu uns? Oh ne der darf nicht. Obwohl, ne jetzt. Kommt der hier hoch? Ne. Der muss eigentlich wieder nach vorne gucken. Damit wir an das ran kommen. Ich dachte wir können hier weiter. Alter der ist hier vorne. Oh ist das grad mies. Dann komm ich nach oben hin und mach einen Luftangriff in der Zeit wenn der da ist. Da muss ich mal schauen, dass ich wieder nach oben komme. Sind da ernsthaft Knochen und Schädel drin? Oh mein Gott. Und da hinten ist auch noch einer. Okay. So schnell ihn auch noch. Danke. Jetzt wäre nur noch der. Den könnte ich aber auch von oben schnell holen. Ist da ne Wache? Ja. Dann kümmern wir uns mal um die. Dann holen wir den auch weg. Jetzt brauche ich nur noch den anderen. Ne willst du nicht. Hier steht genau wo Lafreniere sich zu welchem Zeitpunkt aufhalten wird. Noch leichter hätten sie es mir kaum machen können. Hab ich dich. So. Jetzt gehen wir mal eben fix nach oben wieder. Damit wir gar nicht erst hier unten sind. Im Heuaufen warten. In welchem Heuhaufen. In welchem Heuhaufen. Haben wir mehrere. Ne haben wir da hinten einen. Ah ok. Plan gefunden. Da wird er sich drehen. Hier wird er sich drehen. Ach, mein guter Freund, wo schnapp ich mich denn ab hier? Ich könnte mich da vorne verstecken. Ach, shit. Aber manchmal, wenn man doppelt drückt, ist das ein bisschen blöd. Dahinten brauche ich mich nicht verstecken. Also der vorne hier wäre am besten. Den nehmen wir, glaube ich, auch, oder? Alle Wachen habe ich okay. Tut mir mal warten. Komm zurück! Komm her, du! Raust vor mal eine Abreibung! Verdammter Na! Du... Naja. Er wird nicht der Letzte sein. Die Wahrheit ist in Gefahr, meine Brüder. Sie wird bedrängt von allen Seiten. Jakobiner legten sie auf die Streckbank, vergewaltigten sie für ihre populistische Propaganda. Sooo. Komm her. Das haben wir schon mal. Äh, den habe ich da aus der Deckung. What? Tschüss. 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 Ja, da sehe ich im Moment auf. Moment. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach das hier. Viel Spaß. Wer soll sie eliminieren lassen? Danke. Das Gleiche. Ich muss den selbst noch eliminieren. Toll. Total ein Kopfschuss. Ja. 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 Entweder war ich jetzt... War das eine Scheißidee, dass ich genau da gemacht hätte. Ich hätte den eigentlich da in der Mitte machen sollen. Naja. Oh, hat er mich jetzt getroffen? Die Drecksau. Weil er mich auch sieht, oder was? Oh, war das jetzt nur Fehler. Oh, war das jetzt. Oh, war das jetzt. Ein ehrlicher Mann. Mirabeau ist nur ein selbstherrlicher Trinker. Vergesst bloß nicht, wer hier der Großmeister ist, Lafreniere. Bringt dies schleunigst zu Großmeister de la Serre. Übergibt es ihm persönlich. Ja, Meister. Meister, wir haben ein Problem. Christoph hat unserem Feind Informationen gegeben. Ich fürchte, dass dieser Ort nicht länger geheim ist. Wir werden den Zeitplan beschleunigen. Sammelt die Männer. Wir greifen Hotel de Beauvais heute an. Also hat er den Zettel an ihn gegeben? Okay. Dann bin ich schnell noch plündern. Ja, ihr macht das schon da. Ich bin da mal weg, würde ich sagen. Ah, ein Taut aus der Deckung. Weißt du, das finde ich ein bisschen blöd. Ja, die hat ja einer aus. Ja, gut, dann gehen wir halt übers Dach. Hi. Nö. Kein Bock. Kein Bock auf dich. Tschüss. Ah, wir haben hier einen Durchgang. Yay. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Halbknapp, noch nicht mal eine Stunde. Eine halbe Stunde für zwei Missionen. Ist auf jeden Fall gut. Was kommt denn jetzt? Novize, Bischof hier. Du schlägst dich gut bisher. Ich gebe dir einen kleinen Boost. Wir haben einen gewaltigen Durchbruch erzielt. Durch tiefgehende Datenanalyse erfuhren wir, dass der Weise, den wir suchen, ein Großmeister der Templer war. Derselbe Mann, den Arno verfolgt. Viel besser geht es ja gar nicht. So, alle Updates wurden installiert. Nutze sie sinnvoll. Wir hören uns. Ah, okay. Äh, Meister der Einhandwaffen, Stangenwaffen abrollen, dickes Fell. Okay. Ah, war doch schon im Menü. Müssen wir gleich gucken. Ich müde mich so lange. Okay. Okay, dann kommt keine Zwischensequenz. Ist auch okay. Machen wir Charakteranpassung. Drei Stück haben wir Fähigkeiten. Ah, okay. Ist jetzt hier was zugekommen. Hm. Ah, nee, 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 nee. So, schleichen, schleichen haben wir. Dietrich 2, Meister, okay. Doppelackentat, Doppelduftackentat. Also, das Doppelackentat abrollen. Okay. Was kostet das? Vier. Äh, ich würde auf jeden Fall sparen, würde ich sagen. Dass ich auf jeden Fall das Attentat machen kann. Was haben wir hier noch? Beteiligungsbomb. Okay. Sie können es noch hin. Also, haben wir noch ein bisschen vor uns. Schauen wir mal. Sprach der Herr, wir können bei... Ah. Unser Club, das trifft sich gut. Würde ich sagen, schnell reise da hin. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich mach mal wieder... Dann hör mal. Ja, wie das ist. Ja. Wie ist das? Ich mach mal wiederholt. Vielen Dank.